Na ja. Kevin, willkommen im Stream. Grüß dich. Willkommen im Stream. Ich glaube, ich habe einen Stream. Ich bin auch. Deswegen mal gucken, mal gucken. Ich bin, äh, zwiegespalten. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten. So, aber wir gucken uns erstmal das andere Video an. Click to see Spoiler. Boah, ich habe immer so Schiss, ne? Numaro, willkommen im Stream. Leute. Hier wurde sogar was für uns gemacht. David Meme-Folgen. Degaschüsch, von Peter, der Killer. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Let go. Willkommen bei David Meme-Folgen 1, der Red... Ihr müsst sagen, ob das für eine Lautstärke ja so passt. Oh, ich kann, by the way, äh, die Umfrage mal beenden. Wie lange wird Reacted? Boah, mal gucken. Stunde? 90 Minuten? Je nachdem, wie lange wir Bock haben. Da würde ich heute Abend relativ offen. Äh, ich sehe mich definitiv bei Leuchtender Perle. Heute den ganzen Tag Stream-Layout für das Game gemacht. Tschüsch, sehr, sehr nice. Seh, wie, wenn du Bock hast, kannst du mir schicken. Ich bin gespannt. Passt? Okay. Let's go. Viel Spaß mit dem Video. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Du bist eine Mikrowelle. POV? POV, du bist die Mikrowelle. Das Einzige, was die Mikrowelle in dem Moment sieht. Hört auf zu spenden. Hört auf zu spenden? Was heißt das? Dass er Angst vor Spenden hat. Ich hab keine Angst vor Spenden. Abos, Abos, Abos. Hör auf, du machst ihm Angst. Also mir wird aktuell noch nicht so ganz bewusst, warum das David-Meme-Folgen heißt. Aber wir gucken mal weiter. Wir gucken mal weiter. Hier mit Hallo an alle im Chat. Willkommen ins Triumph. Willkommen im Musik-Express. Dinge, die nicht mehr kommen. Das neue Wii Sports 3 spiele. Ich find das halt lustig, weil das so heftig random ist. Und das neue Rini-Kuh-Letzter Part. Der Part wird niemals erscheinen, Freunde. Spaß beiseite. Irgendwann, wenn ihr am wenigsten damit rechnet, wird dieser Part erscheinen. Ich hole mein Handy. Mein Cousin 5 Grades. Wenn du zu ihr gesagt hast, dass sie aufhören soll, sie aber weiter deinen David gönnet. Wenn deine Mutter dir gesagt hat, dass du Eier kaufen solltest, du es aber vergessen hast und um 22 Uhr jetzt die Eier klauen musst. Oh Mann, das ist ein Meme aus dem Reddit, hab ich grad gelesen, ne? Das ist gut. Oh, das ist geil, Alter. Kuh, Ufug, was geht, Bro? Schön, dich zu sehen, Mann. Das sind Memes aus Reddit. Digga, das ist ja ein legendäres Meme. Wer hat dieses Meme gemacht? Irgendvoll. Trappi, was geht, Mann? Thumbnail mit Adobe Photoshop, okay? Also im Prinzip ging es hier darum, dass Memes aus dem Reddit genommen worden sind und das wurde in Videoform zusammengefasst, hab ich jetzt so verstanden. Fühlt sich eher an wie Schmetterlingsfühler. Ja, ja, ja. Oh shit, oh shit. Naja. Gucken wir mal weiter, was hier so eingeschickt worden ist. Bruder, was geht, meine Kinder und KinderInnen? Äh, Ufug, was geht, bester Mann und MannInnen? Also den David Götten fand ich... Das war... Jonas, das war nice. Wenn sie weiterhören, dann David Götten. Boah, LSGA. Ja. Uh... Vielen Dank.